Schlagerstar Beatrice Igli hat krasse News zu vermelden. Die Sängerin erhielt eine wichtige Nachricht, mit der sie offenbar selbst überhaupt nicht gerechnet hätte. Voller Freude gibt sie bei Instagram preis, dass die Beatrice Igli Show schon bald wieder stattfinden wird. Am 15. April soll es zur Primetime im Ersten soweit sein. Ich bin immer noch völlig aus dem Häuschen. Mein Team hat mich gestern in der ersten Redaktionssitzung des Jahres mit dieser Nachricht kalt erwischt, freut sie sich. Die Schweizerin kann ihr Glück kaum fassen, dass die Sendung bei den Zuschauern so gut ankam und hebt in ihrem Pust hervor, wie dankbar sie allen Mitwirkenden ist. Das ist einfach ein Hammer und macht mich gleichzeitig glücklich und stolz. Ich danke allen, die an dieser Sendung mitarbeiten und von Anfang an an mich geglaubt haben. Auch bei allen Künstlern, die bisher in ihrer Show aufgetreten sind, bedankt sie sich und betont, sie sind ein großer Teil dieses Erfolgs. In den Kommentaren hagelt es Glückwünsche und Komplimente von Fans und Kollegen, die sich mit ihr freuen. Auf diesen tollen Erfolg kann Beatrice Egli definitiv stolz sein.